Heinz Blödsinn Äh, nee, 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 so Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Näh Heute erkläre ich euch, warum die Sonne im Winter später aufgeht als im Sommer Also das ist so Oh, Moment Der Mond kreist ja um die Erde Wie viel so Ja, und wenn ihr euch das jetzt genau anguckt, dann merkt ihr, dass das mit dem Sonnenaufgang überhaupt nichts zu tun hat Also machen sich der Mond und die Erde jetzt erstmal vom Acker So, jetzt haben wir noch die Sonne Und es ist Winter Und kalt Und morgens liegt die Sonne noch in ihr Bett Und denkt sich, jetzt müsste ich aber so langsam aufgehen Ja, und dann steht die Sonne auf und merkt, boah, das ist ja so kalt Nee, 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 da gehe ich noch nicht auf Ich gehe wieder ins Bett, ja Und dann legt sie sich doch mal hin, so bis acht oder halb neun Keine Ahnung, wann so eine Sonne frühstückt Und im Sommer Wenn draußen warme Luft ist, deckt die Sonne, oh, schön warm draußen Da stehe ich heute mal früher auf Ja, ja, so ist das mit der Sonne Aber ganz sicher bin ich mir da nicht Also fragt lieber nochmal eure Eltern Tja 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 Tja